In diesem Video zeige ich euch, was Strings sind. Öffnet wieder die Konsole. Ihr kennt ja sicherlich das Klischee, dass Programmierer allesamt mit hier Nullen und Einsen irgendwelche magischen Dinge vollbringen. Das stimmt nicht. Die Sache mit den Nullen und Einsen geht zwar im Innern des Computers vor sich, aber damit hat man als Programmierer in der Regel nichts zu tun. Wenn man programmiert, schreibt man im Grunde Text. Man schreibt Buchstaben und Wörter und Zeichen so, dass der Computer das verstehen kann. Es ist eine Sprache, deswegen heißt es auch Programmiersprache. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel Text eingebe, dann versucht der Computer das zu verstehen und versteht es auch und führt es daraufhin aus. Was aber, wenn ich in dem Programm etwas schreiben will, was nicht in dieser Programmiersprache ist? Was, wenn ich zum Beispiel irgendwie einfach auf Deutsch Hallo Welt, wie aus dem letzten Beispiel, schreiben möchte? Wenn ich da Enter drücke, gibt es eine Fehlermeldung, weil der Computer das nicht versteht. Wie erkläre ich dem Computer also, dass das, was ich hier schreiben will, einfach ganz normaler Text ist, den der gar nicht erst versuchen soll zu verstehen? Wenn ihr jetzt mitgeschrieben habt, was ich hier eingetippt habe, drückt einfach auf die Pfeil nach oben Taste, dann bekommt ihr die letzten Dinge, die ihr hier eingegeben und ausgeführt habt. Um kenntlich zu machen, dass dieses Hallo Welt nicht in der Sprache ist, die der Computer verstehen kann, mache ich einfach Anführungszeichen drumrum und dann führe ich's aus und dann ist es ganz normaler Text. Was wir hier gemacht haben ist, wir haben das zu einem String gemacht. String heißt auf Deutsch Kette oder auch Zeichenkette, das heißt, ein String ist einfach nur eine Aneinanderreihung, eine Kette von beliebigen Zeichen. So sieht das Ganze aus, ein String kann alle möglichen Wörter und Zeichen enthalten, wichtig ist halt nur, dass drumherum Anführungszeichen sind, entweder doppelte Anführungszeichen oder einfache Anführungszeichen, das geht auch. Das heißt, wenn wir was als String schreiben, dann können wir alle möglichen Sachen schreiben, dann können wir ein Eurozeichen schreiben, ein Dollarzeichen, irgendwelche Zahlen davor, Umlaute, da ist auch jetzt wieder der Fehler gewesen, dass ich das Anführungszeichen am Schluss vergessen hatte, ganz viele Wörter und was auch immer, das sind Strings. Jetzt gebe ich einmal einen Satz ein, hier gibt's ein Problem. Wenn ich hier Enter drücke, wird es eine Fehlermeldung geben. Wenn ihr jetzt sehr aufgepasst habt, dann seht ihr bereits, was das Problem hier ist, ansonsten solltet ihr vielleicht einmal kurz das Video pausieren und nochmal nachdenken, denn ich werde es nun auflösen. Die Sache ist, wenn ich in die Konsole einen Text eingebe, dann gibt es ein Programm, das diesen Text liest und versucht zu verstehen. Und das liest genau wie wir Menschen, Zeichen für Zeichen. Das heißt, es beginnt beim ersten Zeichen, sieht a, das ist ein Anführungszeichen, also ist das, was jetzt kommt, ein String. Das h ist ein String, das i, das e, das r, das Leerzeichen, das g, das i, das b, das t und da ist noch ein Anführungszeichen, das heißt, das ist das Ende des Strings. Und nun geht es weiter, ein s, was zur Hölle, was ist das und s, es stirbt. Wie kann man das Problem lösen? Zum einen gibt es ja zwei Möglichkeiten, ein String kenntlich zu machen, mit einfachen oder mit doppelten Anführungszeichen, das heißt, wir können die einfachen Anführungszeichen außen einfach durch Doppelte ersetzen, das heißt, das Programm, das diesen String abgeht, sucht dann nach dem nächsten doppelten Anführungszeichen und überspringt dadurch dieses eine einfache Anführungszeichen, das hier einfach als Apostroph gedacht ist. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, ein Backslash reinzusetzen. Jetzt sieht das Ganze schon mehr nach Programmcode aus und so kryptisch und nicht mehr einfach zu verstehen, denn Anführungszeichen kann man noch nachvollziehen, aber ein Backslash ist in der normalen Sprache nicht bekannt, und das steht hier dafür, um dem Programm, das diesen Text Zeichen für Zeichen liest und versucht zu verstehen, zu sagen, dass es das nächste Zeichen, also in diesem Fall das Apostroph, also das einfache Anführungszeichen, nicht so verstehen soll, wie es das eigentlich verstehen würde, wenn dieser Backslash nicht da wäre. Das war jetzt etwas kompliziert, also, eigentlich würde das Programm hier bei dem einfachen Anführungszeichen bei gibts denken, dass hier der String zu Ende wäre, wie ich ja eben gerade gezeigt habe, aber durch den Backslash wird gesagt, dieses Anführungszeichen soll nicht so verstanden werden, wie du es eigentlich verstehen würdest, d.h. dieses Anführungszeichen soll nicht als Ende des Strings verstanden werden. Es gibt neben Anführungszeichen auch andere spezielle Zeichen, die eine besondere Bedeutung haben im Programmcode, und mit diesem Backslash kann man all diese Zeichen escapen. So heißt das Ganze nämlich, diese Methode zu sagen, ignorier die Bedeutung dieses Zeichens. Der Backslash ist dadurch ein sogenannter Escape Character, ein Escape Zeichen, oder zu deutsch richtiger, ein Maskierungszeichen. In JavaScript, das ist die Programmiersprache, die wir hier verwenden, ist das der Backslash, in anderen Programmiersprachen gibt es aber auch andere Maskierungszeichen. D.h. wenn wir hier dieses Problem lösen wollen, dann haben wir jetzt zwei Optionen. Ich nehme die Option mit dem Backslash, und schon ist das Problem gelöst. Die beste Sache, die euer Computer, euer Rechner kann, ist vom Namen her rechnen. Wie das funktioniert, zeige ich euch im nächsten Video. Klickt dazu einfach hier in das angezeigte Feld, oder falls ihr dieses Video in einer Playlist seht, z.B. auf css3html5.de, bleibt einfach dran. D.h. D.h.